Oblivion 2008, Cedric 43 und der Never Ending Game ist da. Ihr dürft jetzt entscheiden, ob ich ihn küsse, ob ich Warrant knutsche oder nicht, wenn dann das Bild wieder erscheint. Nein, jetzt ist es wieder weg. Verdammt. Machen wir es nochmal rein. Also ich finde ja schon, dass Max und Warren zusammengehören. Inne mene Miste, es rappelt in der Kiste. Inne mene Mac und du bist weg. Weg bist du noch lange, lange. Und trau ich mich du. Hm, ich weiß es echt nicht, was ich machen soll. Na komm, umarmen wir ihn nur. Friendzone. Come on, Joyce. So. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me, too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's going to tell me we're in Rachel. Let's go. Now. Chloe, wait! Listen! I can walk and listen, okay? Stop and listen for once! Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're going to... You're going to die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right. He won't. Mark Jefferson killed you and others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me. I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson hat mir wehgetan. Jefferson hat mir wehgetan. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson with one bullet. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm going to do is just break it over and over again. I know how this is going to turn out and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You... You were completely paralyzed. And... You were in pain. You were slowly dying. And you... You asked me to... End your life. But Chloe... There was no way I could do that. I had to return to this timeline. To see you again. I had to. God, Max... That must have been... That must have been awful for you. I... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And as usual, I messed everything up. And... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me. So we can stay together. And stay alive. I hear you, Max. But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything. Including that Victoria is in danger. Okay. You've been there so much. I... I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen. In a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I travel through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Wieso können sie sich eigentlich daran nicht erinnern? Sie können sich doch sonst immer dran erinnern. Oh! Oh, Chloe! Ich sehe, dass Max wirklich zurück ist. Also, wie war dein Zeitpunkt, Mann? Shut up. Oh, du bist alive! Du bist alive! Oh, beide von uns! Ich habe so viel gemacht, um dich zurückzunehmen, Chloe. Es funktioniert, es funktioniert. Du bist mit mir wieder. Es sieht, dass sogar Fade nicht mehr wollen. Ich habe so viel Spaß gemacht, und ich habe so viele Reaktionen durch. Ich habe so viele Reaktionen, um zu schützen, um zu schützen, um zu schützen. Ich hoffe, es war es, aber ich habe nicht zu schütz, für mich aus deinem Leben, nach all meinen Drachen. Komm, ich bin der Drachen-Drama-Kin und König von Arcania Bay. diese Woche. Schau mal, was meine Macht hat in nur eine kurze Zeit gemacht. Keine Ahnung. Du bist ein Max-Fucking-Kaulfield-Time-Warrior. Selbst wenn du nicht bist, du bist kind und schützt. Keine Ahnung kann einen besseren Besuch. Keine Ahnung. Du hast nicht gesagt, dass dies so passieren, aber es war. Du musst, wie großartig du bist. Vielleicht habe ich es selbst gewohnt. Ich wollte mein Leben immer speziell sein. Aber nicht ohne dich. Und es war nicht so, wenn ich hier zurückgekommen bin. Also ohne dich, meine Macht überhaupt nicht existieren. Und für irgendwelche scientifische und mystische Gründe, dass wir natürlich nie herausfinden können, wir sollten zusammen sein, in diesem Moment in der Geschichte sein. Ich muss mich denken, dass Rachel, irgendwo hinter den Spielen, für die Freiheit. Ich würde mich auch denken, dass das auch. Wir alle, Rachel, Amber. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du, du weißt, nicht? Wir, wir... Wir haben die Partie und sichergestellt, dass Jefferson uns nicht gefunden hat. Für einmal bin ich glücklich, dass ich in einer realen Fortress lebte. Dann wurde der Sturm heller verrückt, und du sagst, dass wir sicher sein würden, in der Lighthouse. Chloe, schau mal. Der Sturm wird jetzt größer. Und es kommt näher. Ich kann gar nicht glauben, dass das echt ist. Das ist passiert wegen mir. Was? Schau mal. Schau mal. Schau mal. Wir haben beide Geld gemacht. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Das könnte es sein, Rachel. Unsere Revenz. Die Lighthouse ist weg von der Tornado. Komm schon. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ich habe sie zurück, Max. Ach ja. Jetzt ist das ja so cool. Hitchcock hat die Film genannt, »Little Pieces von Zeit«. Ich bin zurück in der Klasse. Was in der Hölle? Diese Pieces von Zeit können uns in unserer Gläufe, in unserer Stürmer, in unserer Stürmer, in unserer Wundersen, in der Wundersen, in der Wind, in der Wind. Das könnte hell sein. Jetzt. Kannst du mir ein Beispiel von einem Fotografer, die perfekt kaltiert in der Wundersen, in der Wundersen, in der Wundersen, in der Wundersen? Anybody? Bueller? Diane Arbis? Be calm. And don't freak out. Why Arbis? Yet. Sind das eigentlich Före? Ich glaube ja, ne? What's going on? Nobody even cares? Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame anyone of you in a dark corner, and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Hmm. Hm. What? You didn't die, Kate. You're alive. Oh, that's too creepy. Wow. That kennen wir doch schon. That's... me? Are you kidding? Is Grunge tot? Is Grunge tot? Beinhaltet das neueste Werk von Mark Jefferson. Zehn Gründe für E-Mails. Ich werde mal zeichnen. Mach das, Luca. Viel Spaß beim Zeichnen. Willst du den Stream dabei laufen, oder machst du ihn aus? Huh. That's awful. Das hat mich so ein bisschen an The Ring. Da haben die auch immer die Augen so ausgekritzelt. Ich sehe dich, Max Caulfield. Ich sehe dich nicht, Max Caulfield. Nichts nicht mehr nachdenken, bis wir uns über deine Entrennung haben. Ich wollte nur wissen, ob du dir das Rest des Lebens in meinem Schmerzimmer möchtest. Was ist das? Ich bin so ein bisschen. Und wir können so ein bisschen glücklich sein. Ich bin so ein bisschen glücklich. Was ist das? Wer braucht einen Fotos, wenn ich dir eine Porträtung anbieter? Was ist das? Ich bin so ein bisschen. Ich liebe dich, Herr Jefferson. Ich bin so ein bisschen. Wir müssen uns auf die Zeit, wir haben... verletzt. Er ist vor allem, dass es... dass es... keiner mehr gibt in deinem Leben ist. Ich liebe dich auch, Max. Da f***? Das kann nicht realisieren. Holy Pfeil. Schau mal an diese Pfeilung. Das kann nicht realisieren. Hmm. Oh, nein. Oh, nein. Rachel didn't deserve any of this. Das kann nicht realisieren. roatisiin? Das kann nicht realisieren.